Musik Mein Name ist Susanne Bahr-Bleckmann. Die Hochzeitsrena Tirol habe ich 2010 gegründet. Und wir bieten freie Zeremonien für all jene, die nicht kirchlich heiraten können oder wollen. Sich das Ja-Wort geben ist einer der intimsten und gefühlsintensivsten Momente eines jeden Paares. Und für einen perfekten Ablauf dieses speziellen Augenblicks sorgen die Hochzeitsredner Tirol. Wir haben uns auf Zeremonien spezialisiert, die ähnlich einer kirchlichen Trauung sind, allerdings ohne religiösen Kontext. Wir erzählen die Liebesgeschichte vom Brautpaar, binden das Kennenlernen, den Antrag Gemeinsamkeiten mit ein und schneiden sozusagen jedem Brautpaar seine eigene Zeremonie zu. Aber was ist das Spezielle daran? Wir machen eigentlich Unmögliches möglich. Es gibt eigentlich keine Grenzen bei den Hochzeitsredner Tirol. Unsere Brautpaare können sich das Ja-Wort eigentlich überall geben. Also ganz tolle Locations waren zum Beispiel die HFLK-Spitze. Dann war eine ganz spezielle Hochzeit auf einem Eventfloß. Das heißt, das Brautpaar hat sich mitten im See das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeitsredner Tirol haben sich darauf spezialisiert, den Traum eines jeden Brautpaares wahr werden zu lassen. Jede Zeremonie ist maßgeschneidert. Wir arbeiten natürlich sehr viel mit Partnern zusammen, seien es jetzt Tourismusbüros, die Tiroler Hotellerie, Almen. Jeder, der eine freie Zeremonie möchte, meldet sich bei uns und wir kommen dorthin und führen diese durch. Wir bieten unsere Zeremonien auch mit Übersetzungen an, dabei natürlich sehr häufig Englisch, aber auch Holländisch, Französisch und Russisch. Ihr kennt ganz klar den Trend, dass die Nachfrage steigt. Wer im alten ländischen Raum heiraten will, sollte sofort die Hochzeitsredner Tirol im Kopf haben. Das wäre mein großer Wunsch. Das Hochzeitspaar soll träumen und wir setzen den Traum des Brautpaares in die Realität um.